Moin zusammen und herzlich willkommen zu Teil 5 meiner Reihe Beschläge selber anlegen. In diesem Teil werden wir uns mal hier dieses Intermart Glastürscharnier von Hettich anlegen und dazu auch gleich die passende Montageplatte. Ich habe mich für die einliegende Variante entschieden und hier oben habe ich euch schon mal die Produktseiten auf der Hettich Part Community Webseite geöffnet, denn dort könnt ihr euch CAD Modelle generieren lassen und sie anschließend herunterladen. Dazu klickt ihr zunächst mal auf diesen Knopf und dann sagt ihr Formate hinzufügen, wählt hier am besten das Step Format aus und dann sagt ihr Generierung starten. Dasselbe natürlich hier bei der Montageplatte, einmal hier in die Einstellungen rein, Formate hinzufügen, Step Format wählen und Generierung starten. Inzwischen sollte die Geometrie vom Band generiert worden sein. Ja, das ist auch so. Hier ist der Download Link. Da klicken wir drauf und dann gucken wir mal hier bei der Montageplatte. Da hat es auch geklappt. Wir laden diese Montageplatte also herunter. Und bevor wir jetzt im Interior Cut weitermachen, noch eine kurze Bitte. Wenn euch das Video gefällt, klickt den Daumen nach oben und denkt auch daran, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, kriegt ihr Bescheid, wenn wir weitere Videos veröffentlichen. Also besten Dank schon mal. Und jetzt gehen wir mal rüber ins Interior Cut und werden uns mit diesen Step Dateien das Band und die Montageplatte ganz neu anlegen. Dazu gehen wir zunächst mal hier oben ins Menü Interior Cut, Beschläge, Beschlagsbibliothek erweitern und anpassen. Dann wählen wir die passende Bibliothek aus, in diesem Fall Bänder für den Innenanschlag und sagen Bibliothek bearbeiten. In unserem Zubehördokument finden wir jetzt hier wieder diese Komponenten, unter anderem diese Beispielgeometrie. Über den Rechtsklick duplizieren wir die einfach und verpassen ihr einen Namen. Intermat 9904 Glastür Scharnier. So und dann legen wir noch einen Ordner an. Der Ordner muss sein für Symbole und der heißt Intermat. Okay und jetzt nehmen wir das neue Symbol und schieben das in den neuen Ordner, tauchen in den Ordner ab, sagen Rechtsklick, 3D-Darstellung bearbeiten. Diese Beispielgeometrie benötigen wir nicht, deswegen einfach alles markieren und rauslöschen. Und jetzt schnappen wir uns unsere erste Step-Datei und fügen die hier mal ein. Die finden wir hier. Das hier ist unser Scharnier und das ist die Step-Datei. Einfach per Drag & Drop hier draufziehen. In der Isometrie sehen wir, die ist jetzt nicht ganz richtig ausgerichtet. Das ist völlig normal, darum müssen wir uns kümmern. Dazu gucken wir zunächst mal von rechts drauf und damit dieses Band aufrecht steht, machen wir eine Linksdrehung und dann fügen wir einen 3D-Punkt ein. Modellierenpalette, Doppelklick auf den 3D-Punkt, Koordinaten X, Y und Z, 0, 0, 0. Okay und jetzt haben wir exakt am Nullpunkt diesen 3D-Punkt und darauf können wir jetzt unseren Beschlag ausrichten. Ich nehme hier diesen Punkt und ziehe den hier drauf. Warum mache ich das so? Ganz einfach. Wir denken an dieser Stelle nochmal an die zwar etwas komisch klingende, aber doch sehr hilfreiche Baumanalogie. Wir gucken jetzt gerade von rechts auf unseren Beschlag und sehen hier diese rote Linie. Die rote Linie ist unsere Z-Achse. Wir haben hier also Z0, hier ist Z-, hier ist Z+. Und unser Symbol ist der Baum. Der Baum wächst von Z0, also von der Oberfläche, nach Z+, nach oben hin an. Hier unten in Z- ist unser Bauteil und der Topf sowie die Topfbohrung, die hier später noch hinzugefügt wird, gehen natürlich nach Z- wie das Wurzelwerk des Baumes in das Bauteil rein. Gehen wir mal ganz nah ran und gucken mal, ob das wirklich exakt an Z0 ausgerichtet ist. Das hat nicht ganz geklappt. Ich nehme mir jetzt hier diesen Punkt und schiebe den hier drauf. Der Mausfang hilft mir. Und jetzt kann ich mir sicher sein, dieser Kragen hier, der ist jetzt genau auf der Z0-Ebene. Nun schaue ich mal von oben drauf und sehe, das Teil ist noch nicht richtig herumgedreht. Ich mache eine Linksdrehung und dann nehme ich mir das Scharnier und schiebe das aber zunächst mal hier an die Seite. Warum ich das tue, erkläre ich gleich noch. Ich will jetzt zuerst mal eine Bohrung platzieren. Dazu wähle ich mir hier meine Bohrung 3D aus der Interior Cut Palette und platziere sie exakt auf meinen Nullpunkt. Und dann sehe ich hier in der Infopalette die Parameter der Bohrung. Durchmesser 8 mm, Tiefe 12. Das wird für eine Topfbohrung kaum passen und deshalb gucken wir mal, was der Hersteller dazu sagt. Hier auf der Produktseite des Scharniers finden wir auch eine Bemaßung. Wenn ich da mal reinschaue, sehen wir, der Hersteller sagt Durchmesser 26 mm. Diesen Wert tragen wir jetzt hier als Durchmesser ein. 26 mm. Die Tiefe passen wir nicht manuell an. Wir sagen hier an der Stelle bitte durchbohren. Dann wird diese Bohrung immer als Durchgangsbohrung ausgeführt, ganz egal wie dick unsere Glastür ist. Das ist ja das, was wir haben wollen. Und jetzt nochmal die Erklärung dazu, warum ich zunächst mal die Bohrung gesetzt habe. Diese Bohrung ist das, was den Ton angibt. Die Bohrung ist wichtig für den Zusammenbau und die muss also exakt an der richtigen Stelle sitzen. Und das tut sie jetzt. Die habe ich auf den 3D-Punkt ausgerichtet. Die Mitte dieser Bohrung hat jetzt die Koordinaten x, y und z 0, 0, 0. Jetzt gucken wir uns mal die Beschlagsgeometrie an. Hier in der Mitte habe ich Punkte. Bei diesem hier wird mir angezeigt Mitte und bei dem hier drunter wird mir auch angezeigt Mitte. Wenn ich jetzt einen dieser vermeintlichen Mittelpunkte auf meinen Nullpunkt schiebe, können wir erkennen, dass der Topf nicht mit der Bohrung deckungsgleich übereinander liegt. Das liegt daran, dass diese beiden Punkte, die mir da als Mittelpunkte verkauft wurden, nicht notwendigerweise die Mittelpunkte meines Topfes sind. Das sind vielleicht die Mittelpunkte irgendwelcher anderen Teilgeometrien hier. Und deswegen habe ich zuerst die Bohrung gesetzt. Wie schon gesagt, die ist das Wichtige. Und jetzt richte ich den Beschlag auf die Bohrung aus. Dazu nehme ich mir einfach hier oben diesen Punkt, dieses Teilstück und schiebe das hier auf den Punkt der Bohrung. Und dann passen beide exakt übereinander. Und das ist einfach eine optische Geschichte. Wenn der Beschlag irgendwo leicht versetzt ist, die Bohrung aber passt, würde es für den Zusammenbau keinen Unterschied machen. Aber ich denke, so ein bisschen Ästhetik ist auch nicht ganz unwichtig. So, jetzt nehme ich mir meinen 3D-Punkt und lösche ihn raus. Ja, an dieser Stelle braucht es keinen 3D-Punkt. Ich habe euch im letzten Video, wo wir uns Verbinder angelegt haben, erklärt, dass die 3D-Punkte wichtig dafür sind, was die Einfügepunkte anbelangt. Hier bei Bändern haben die 3D-Punkte nichts verloren. Deswegen löscht sie bitte wieder raus. Wenn das getan ist, alles markieren, eine Gruppe draus machen. Und dann weisen wir die Datenbanken zu. In dem Fall müssen wir nicht nur eine, sondern wirklich zwei Datenbanken zuweisen. Ich klicke mal hier auf die Datenbankverknüpfung und dann sehen wir sie schon. Wir haben einmal eine InteriorCard Hinge Info und dann die schon bekannte InteriorCard Sales Info. Damit starten wir jetzt zunächst mal. Ich mache einen Doppelklick und trage dann hier die Stücklisteninformationen ein. Das ist jetzt hier das Intermart 9904 Glastür Scharnier. Hettich ist der Lieferant. Die Bestellnummer hole ich mir von der Webseite. Das ist diese hier. Kopiere ich da einfach rein. Als Preis trage ich mal 10 Euro ein. Ihr kennt das. Ihr tragt da euren Preis ein. Dann müssen wir noch die andere Datenbank, die InteriorCard Hinge Info verknüpfen, also auch ein Doppelklick. Und diese Datenbankfelder müssen wir jetzt mit den entsprechenden Werten füttern. Zunächst mal Mounting Plate Distance. Wir gucken mal in den Blätterkatalog. Oder nee, zunächst mal hier bei der Montageplatte. Was hat die denn für einen Abstand? Hier steht es. Drei Millimeter Abstand hat die. Dann tragen wir hier mal drei Millimeter ein. Drei Millimeter Mounting Plate Distance oder Montageplatten Abstand meint übrigens die Distanz, die durch die Montageplatte zum Bauteil hergestellt wird. Das sind die drei Millimeter. Dann haben wir Cup Distance. Das ist der Montageplatten Abstand. Den gucken wir uns jetzt mal hier beim Hersteller wieder an. Finden wir vermutlich beim Scharnier. Da steht aber nichts. Dann schauen wir mal in den Blätterkatalog. Ich habe ja schon gesagt, die einliegende Variante ist die, die wir gewählt haben. Ich zoome also hier mal heran. Und dann finden wir hier in dieser Tabelle zwei Werte für den Topfabstand. 5,5 Millimeter und 6 Millimeter. So, Montageplatten Abstand bzw. Distanz heißt es hier wieder sind drei Millimeter. Bei 5,5 Millimeter Topfabstand müssten wir einen Montageplatten Abstand von 2,5 haben. Haben wir aber nicht. Deswegen müssen wir hier schauen. Also Topfabstand ist 6 Millimeter. Trage ich hier also ein. Door Overlay ist der Türaufschlag. Den überspringen wir erstmal und kümmern uns zunächst um den minimalen Topfabstand und den maximalen Topfabstand. Die Werte haben wir hier schon gesehen. Der kleinste Wert, das ist der minimale Topfabstand. 5,5 Millimeter und 6 Millimeter. Dementsprechend der maximale Topfabstand. Wir tragen hier also ein 5,5 und hier 6. Und jetzt zum Türaufschlag. Nun ja, wir haben uns für die einliegende Variante entschieden. Dementsprechend haben wir de facto natürlich gar keinen Türaufschlag. Stattdessen haben wir eine Fuge. Und beim Topfabstand von 6 Millimetern und einer Montageplattendicke von 3 Millimetern müssen wir eine Fuge von 1 Millimetern haben. Wenn ich hier aber jetzt 1 Millimeter eintrage, dann habe ich damit einen Türaufschlag definiert. Und um aus einem Aufschlag eine Fuge zu machen, muss ich in den negativen Bereich gehen. Ich darf also nicht 1 Millimeter eintragen. Sonst hätte ich eine Fuge. Ich muss minus 1 Millimeter, also praktisch einen negativen Aufschlag eintragen. So wird das glaube ich ganz klar. Also Türaufschlag minus 1. Okay. Und dann können wir das Symbol verlassen. Das Zubehördokument können wir speichern und anschließend schließen. Und jetzt kümmern wir uns um die Montageplatte. Also wie gewohnt Interior Cut, Beschläge, Beschlagsbibliothek erweitern und anpassen. Wir wählen hier unsere Montageplatten für den Innenanschlag, sagen Bibliothek bearbeiten. Im Zubehörmanager duplizieren wir wieder die Beispielgeometrie. Das ist die Inline-Einpress-Montageplatte. So. Da müssen wir wieder einen Ordner anlegen für Symbole. Der Ordner muss wieder genauso heißen, wie der Ordner, in dem das Scharnier liegt. Also Interma. Entschuldigung. Okay. Das neue Symbol schieben wir wieder in diesen Ordner und im Ordner sagen wir Rechtsklick 3D-Darstellung bearbeiten. Diese Beispielgeometrie brauchen wir wieder nicht. Also alles markieren, rauswerfen und dann schnappen wir uns die andere Step-Datei. Das ist diese hier und ziehen die per Drag-and-Drop in die Zeichnung. Auch hier ist das Objekt wieder nicht richtig rotiert. Kein Problem. Wir gucken mal von vorne drauf und machen eine Linksdrehung. Dann fügen wir wieder unseren 3D-Punkt an den Koordinaten 0, 0, 0 ein. Und jetzt sieht das hier schon mal sehr, sehr gut aus. Also dieser Montageplatte, wenn wir uns die auch wieder als Baum vorstellen, scheint auf Z0 ausgerichtet zu sein. Ich traue dem Braten aber nicht. Ich schiebe die erstmal ein bisschen nach oben. Dann nehme ich mir diesen Punkt und schiebe den hier auf den 3D-Punkt. Jetzt kann ich mir todsicher sein. Das passt perfekt. Und dann gucke ich mal von oben drauf und stelle fest, dass jetzt die Mitte der ersten Bohrung auf meinen Nullpunkt ausgerichtet ist. Das kann so auch nicht passen, weil die Montageplatte natürlich einen Versatz nach hinten braucht. Ja, und dazu gucken wir uns jetzt mal wieder an, was der Hersteller sagt. In dem Fall müssen wir hier in die Produktseite bei der Montageplatte. Da finden wir hier eine Bemaßung und in der Bemaßung finden wir hier dieses Maß. Vorderkante bis Mitte Loch der ersten Bohrung haben wir 20 mm. Und hier auf dieser Seite sehen wir, welche Bohrparameter wir brauchen für die Bolzen. Tiefe 11,5 mm, Durchmesser 10 mm. Können wir uns auch schon mal merken. Zunächst mal schieben wir jetzt diese Montageplatte um 20 mm nach hinten. Wir schauen in diesem Fall, nicht vergessen, von oben drauf. Das heißt also, wir müssen jetzt einen Versatz in Y definieren. Das kann ich am besten machen mit dem 2D-Verschieben-Befehl. Ich mache also jetzt hier erstmal STRG-M für die Windows-User. Bei mir ist das COMMAND-M und sage DELTA Y 20 mm. Okay. Und dann füge ich meine Bohrungen hinzu. Zunächst mal eine. Die machen wir hier oben hin. Die Bohrparameter haben wir uns von vorhin gemerkt. Durchmesser 10 mm brauchen wir. Jetzt steht hier 12 mm. Der Katalog hat gesagt 11,5 mm Tiefe. Ich lasse die 12 hier stehen, einfach um so ein bisschen zu antizipieren, dass die Bohrung vielleicht doch nicht tief genug ist. Vielleicht steht da unten noch so ein bisschen Material drin und wir kriegen die Montageplatte nicht richtig reingedrückt. Wenn ihr euch strikt an die Herstellervorgaben halten möchtet, dann tut ihr das. Ich lasse hier die 12 stehen. Nun gut. Dann brauchen wir noch eine Bohrung. Ich nehme mir die einfach und schiebe die per Drag & Copy mal hier unten hin. Drag & Copy bedeutet, beim Kopieren mache ich ein Duplikat. Hier oben ist das Original noch. Hier unten ist das Duplikat. Dazu müsst ihr beim Verschieben hier bei mir auf dem Mac ist es die Alt-Taste gedrückt halten. Für euch Windows-Nutzer ist es die Steuerung-Taste, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt können wir noch mal messen. Ich nehme mir mal einfach ein Rechteck und messe mal von diesem 3D-Punkt nach hier zur Mitte der Bohrung. Das sind Delta Y 20 mm. Also was der Katalog gesagt hat, haben wir hier mit erfüllt. Das passt. Wunderbar. Jetzt nicht vergessen, den 3D-Punkt auch rauszulöschen. Dann alles markieren, eine Gruppe draus machen und die Datenbanken zuweisen. Das macht ihr wieder im Datenreiter. Datenbanken verknüpfen. Müsst ihr hier das aktive Dokument anwählen und zunächst mal die Sales-Info mit Daten befüllen. Das ist hier diese Inline-Einpress-Montage-Platte. So. Hettich ist wieder der Lieferant. Die Bestellnummer nehmen wir uns von der Webseite. Kopieren sie einfach hier rein. Als Preis wieder irgendeinen Preis. Und dann noch die andere Datenbank. In dem Fall die sogenannte Interior-Cut-Mounting-Plate-Info. Also die Info zur Montageplatte. Da mache ich einen Doppelklick drauf und muss dem Programm hier sagen, wie ist denn der Montageplattenabstand, Schrägstrich oder in Klammern die Dicke der Montageplatte. Der steht einmal hier. Abstand D 3 mm und auch im Blätterkatalog. Wir haben ja schon gesagt, wir haben einen Topabstand von 6 mm, Fuge von 1 mm. Die Montageplatte muss dann 3 mm Distanz haben. Also tragen wir hier diesen Wert auch ein. 3 mm. Okay. Dann können wir das Symbol verlassen. Das Zubehördokument speichern wir und schließen es. Und jetzt machen wir mal ein neues leeres Dokument auf. Fügen ein kleines Korpusmöbel hier ein. Als Materialvorgabe habe ich schon was vorbereitet. Hier Dekorsparen einfach mit Glastür. Dann müssen wir natürlich noch eine Tür hinzufügen. So. Die muss einschlagend sein. Hier mache ich mal keinen Abstand, aber wir brauchen ringsherum eine Fuge von 1 mm. Hoppla. So. Okay. Und in der 3D Perspektive wähle ich dann mal mein Bandwerkzeug aus. Die Beschlagsbibliothek wird wieder automatisch aktualisiert, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Und wenn ich hier die Fläche der Tür auswähle, kann ich hier oben mein Band, mir mein Band aussuchen. Dass hier das neue Band schon wieder in meinen Favoriten auftaucht, liegt natürlich wieder daran, dass ich das vorher schon ein paar Mal geprobt habe. Ihr müsst hier auf weitere klicken und dann müsst ihr euch in diesem Dialog hier eure, euer neues Band raussuchen. Ja. Mit diesem Haken hier könnt ihr auch filtern, dass ihr nur eure eigenen Beschläge seht. Das ist jetzt bei mir hier auch schon vorgefiltert. Dementsprechend habe ich hier nur dieses eine selbst angelegte Band. Okay. Und an dieser Stelle suchen wir uns dann die Montageplatte raus. Wir gucken mal rein und sehen, das ist eine ganz lange Liste, die uns hier angezeigt wird. Das liegt daran, dass uns das Programm hier all die Montageplatten anzeigt, die laut den verknüpften Datenbank zum vorausgewählten Band auch passen. Ja. Unsere Montageplatte taucht hier auch auf. Die ist hier ganz unten. Da ist sie. Die wählen wir mal an. Und dann klicken wir hier auf einen Rasterpunkt. Unser Band wird gesetzt. Und wenn wir uns das Ganze in der 2D-Plan-Ansicht mal anschauen und ganz, ganz nah ran zoomen. So. Dann sehen wir, das sieht schon mal alles sehr, sehr gut aus. Also einmal scheint das hier alles zu passen, dass also das Band richtig in der Montageplatte eingerastet ist sozusagen. Wir sehen hier, die Bohrungen sind grün. Die sind also mit unseren Bauteilen verbunden. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen messen. Ich nehme meine Lieblingsmethode, ein Rechteck. Taste 4 ist der Kurzbefehl. Und dann messen wir zunächst mal hier die Mitte dieser ersten Bohrung bis zu dieser Kante. Das sind Delta Y minus 20 Millimeter, weil ich das Rechteck nach unten gezeichnet habe. Also es sind 20 Millimeter. Genau dieser Abstand, den wir in der Bemaßung, ich zeige es noch mal, hier auf der Herstellerwebseite genannt bekommen haben. Das haben wir also richtig gemacht. So. Delta. Wo haben wir es denn jetzt? Hier. Delta X ist in dem Fall 1. Also das ist der, ist die Fuge hier im Prinzip, die wir im Korpusmöbel eingestellt haben. Passt also auch. Und jetzt messen wir mal noch den Topfabstand. Den messen wir von hier nach hier. Das sind 6 Millimeter. Ja. Also Delta X in dem Fall. Das ist unser Topfabstand hier zur Bauteilkante. Das sieht also auch sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass das gar nicht so schwer ist. Das könnt ihr auch. Probiert es mal aus und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es geklappt hat. Falls ihr in irgendwelche Situationen reingeratet, wo ihr nicht weiter wisst, könnt ihr euch gerne im Forum melden oder auch im technischen Support. Wir probieren immer weiter zu helfen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.